Woher kommst du, kleine Schwester, mit der Last auf deinem... So, da sind wir schon wieder. Jetzt machen wir mal hier noch so'n Gesundheits-Upgrade. Und noch'n ETH-Upgrade. Und machen wir mal noch das hier. Und das machen wir mal für... Elektrobolt. Lenken Sie Ihre Gegner ab, das bringt Ihnen Zeit, wenn's mal eng wird. So, und Wurzang-Karn-Bomb. What the hell? Ich werde gleich mal das neue hier ausprobieren. Das ist nicht in den Schaden. Oh, oh, oh. Oh, oh! Oh, oh! Whoa, whoa, whoa! Halt ja nicht zusammen sein, Bette! Oh, Natale! Oh, ja, der is nicht in den Geschmack! Ah, habe ich... Okay, hier rein. Bevor du in die Fischfabrik gehst, gebe ich dir noch ein Rad. Der alte Peach führt mit Sicherheit nach was im Schilde. Dann bloß die Augen offen. Mit einer Waffe kommt niemand in meine Bude rein. Leg deine Knarre in die Ruhrbrust, dann lass ich dich rein. Wenn das der Preis dafür ist, musst du ihn wohl bezahlen. Dann kann er dir wenigstens deine Plastik wegnehmen. Okay, was haben wir hier? Die beim Besuchtenbleiben, oder? Dann kannst du noch einmal suchen. Dann nehmen wir mal... Dann nehmen wir mal hier. So. 2 Ballen, dann bin ich ja beim Haken. Okay, ähm. Dann legen wir jetzt mal unser Lohrbrust hier ab. Dann können wir noch mal eben wissen, wo war noch mal für die Spritze. Okay, gut. Wollen wir mal hier ein bisschen was umgucken. Warum wird das hier so dunkel? Tja, ich wette, als dein Boss aus der Hölle abgehauen ist, hat der zum Teufel gesagt, dass er gleich wiederkommt. Und der Teufel hat gesagt, sehr wohl, Mr. Fontaine, ich halte Ihnen Platz frei. Ryan hat versprochen, dass Fontaine ins Gras gebissen hat. Und jetzt machst du hier seine Drecksarbeit. Ryan ist ein Penner und du... Willkommen im Zirkus der Werke. Atlas, ihr gehört uns! Uns! Du darfst Bici doch nicht die alte Schlitter zeigen! Hey, Spirka! Sie leidet, du bleibest Hörbe! Oh, Mann, ey! Ich habe hier so eine Scheinste Bräger. Ich weiß besser! Jetzt macht er wieder Spaß. Das macht total Spaß. Hm? Ich habe schon mehr zu viel hier. Das Reushock ist wirklich momentan so ein LP, worauf ich gar keinen Bock mehr hab, ey. So ein Kackspiegel. Na, Peachy, dann komm her. Hier stinkts! Du wärst Peachy doch nicht die kalte Spur! Oh Gott, Peachy, frier! Oh Gott! Oh Gott, Peachy, frier! Oh Gott, Peachy, frier! Oh Gott, Peachy, frier! Peachy fährt mit ihr Splitten! A-F-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H! Du kommst aus meinem Sumpf nicht mehr raus! A-F-H-H-H! A-F-H-H-H-H-H! Oh Gott, Peachy, frier! Oh Gott! Peachy, frier! Peachy fährt mit ihr Schlitten! Du wirst Peachy doch nicht die kalte Schulter zeigen! Du kommst aus meinem Zunft nicht mehr raus! Peachy fährt mit ihr Schlitten! Ich versuche euch jetzt mit der Kamera zu hacken! Ich versuche euch dann mal jetzt mit der Kamera zu hacken! Nein! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.